Hallo, in diesem Video geht es um den Drachenlord. Drachenlord, 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 wer ist dieser Drachenlord? Warum heißt dieser Drachenlord Drachenlord? Was genau macht dieser Drachenlord? Dressiert der Drachen, züchtet er Drachen, erschafft der Drachen? Ich habe keine Ahnung, deswegen reden wir heute über den Drachenlord. Nun will ich ein paar Fragen beantwortet haben. Was macht dieser Drachenlord Drachenlord Drachenlord? Ich kenne diesen Drachenlord nicht. Was macht dieser Drachenlord? Warum heißt der Typ Drachenlord? Ich hoffe auf eure Antworten über den Drachenlord.